Christoph und ich sind heute auf einem Bumble-Event eingeladen. Wir haben uns zwar über Tinder kennengelernt, aber Bumble ist eigentlich viel cooler, das wissen wir alle. Deswegen bin ich heute schon etwas zeitiger aufgestanden, aber Christoph war natürlich schon mehrere Stunden vor mir wach. Ich hab dann erstmal den Kuchen aus dem Kühlschrank geholt, den ich gestern gebacken habe, weil wir den gemeinsam zum Frühstück essen wollten. Und der ist auf jeden Fall approved. Schmeckt also gut. Ich backe und korre zurzeit richtig viel. Ich wollte danach kurz raus, war aber nicht möglich, weil die Katzen mir den Weg versperrt haben, denn die wollen immer mit raus. Also hab ich nachgegeben und mich dann erstmal fertig gemacht. Und während ich mich fertig gemacht habe, hab ich mir den Kopf darüber zerbrochen, was ich heute bei dem Event anziehe. Christoph ist dann spontan auf die Idee gekommen, irgendwelche Löcher in die Decke zu bohren, während ich mir mein Outfit rausgesucht habe, weil er die ganzen Decken mit Pflanzen behängen möchte. Ich habe mich heute für ein etwas schickeres Outfit entschieden, so ein bisschen Schulmädchen mit Badass-Vibes und ich denke, es ist eigentlich ganz cool geworden. Jetzt bin ich gespannt, was Christoph heute anzieht.